TANNE 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 Bitch Na gut Hallo meine Bäumchen, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Heute packen wir mal wieder eure Fanpost aus und ich habe mich wirklich über jeden einzelnen Brief gefreut, der über mir im Postfach lag. Und ein Paket ist diesmal auch dabei und die haben natürlich auch schon reingeluschert. Aber das Paket packen wir ganz zum Schluss aus. Und der erste Brief kommt von der Antonia aus Lübeck, also auch ein kleines Nordlicht. Vielen Dank. Bitteschön. Und die Antonia hat mir noch ein schönes Bildchen gemalt. Tada! Das bin ich und mein Harvey, nachdem er seine neuen Augen bekommen hat, weil man sieht ja dann die Narbe da, ganz genau. Dankeschön dir Antonia. Und der nächste osterhafte Dealbrief kommt von der Annette aus Bruchsal. Ich glaube, ich hatte schon mal jemanden aus Bruchsal hierbei. Spiller! Dann hat mir die Annette Ednas Gummizelle gezeichnet. Da geht's in die Freiheit. Und mich als Cosplayer verkleidet als die Lilli von HWs neuen Augen. Und den HW als Mädchen. Voll Randale. Hallo HW und Kleintane. Sehr süß! Und das ist die Annette. Dankeschön für die tollen Zeichnungen und den tollen Brief. Der nächste Brief kommt von euch. Ich erinnere mich, das kommt von der kleinen Jui. Die hat mir das Bild mal über Twitter gepostet gehabt. Und dann hatte ich sie gefragt, ob sie mir das schickt. Und sie hat's wirklich gemacht. Ich finde das voll niedlich. Und das ist voll gelungen. Danke dir, kleine Jui. 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 Mareike. Mareike. Oh, mein Handy hat gewibriert. Moment, hat mein Foto kommt nicht. So, der nächste Brief kommt von der Mareike. Mareike. Hinter dem I kommt noch ein J. Hm. Aus Oldenburg. Ich stelle das Handy jetzt auf. Lautlos. Und sie hat mir einen lang, lang Brief geschrieben. Dankeschön! Der nächste Brief kommt von der Linda aus Kirchlängern. Das ist die Linda. Ein Bild hat sie mir noch dazu gelegt. Auto-Bingo. Auto-Bingo-Karten. Cool. Das kann ich dann nicht mal, wenn ich Auto fahre, mit dem Harvey zusammen spielen. Mann. Sind wir gleich da? Oh, nee. Komm. Nerv mich nicht. Spiel irgendein Spiel. Stimmt. Wir haben unser Auto-Bingo. Hier, Harvey. Eine für dich und eine für mich. Und jetzt. Da. Ein Flugzeug. Hab ich. Hast du auch schon was, Harvey? Bringer auf E5. Yay. Treffer versenkt. Randale. Ich kauf die Schlosserli. Toll. Sind wir gleich da. Und einen kleinen Brief. Danke, liebe Linda. Voll cool. Der nächste Brief kommt mal wieder. von da. Von Charlie aus Frankfurt. Hat mir einen bunten Brief geschrieben. Hier kannst du mal ein unglaubliches Interesse am Unterricht sehen. Hast du etwa während des Unterrichts mir diese tollen Figürchen gemalt? Tante. 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 Und hier Adi. Pass die mal auf. Schokolade. Yay. Und zwar keine normale Schokolade. Von Lind. Hello my name is Storbelly Cheesecake Schokolade. Yum yum. Die war echt gut. Dankeschön. So und der nächste große Brief kommt von der Hanne aus Kattenberge? Ladenberge? Du weißt Bescheid, Hanne. Und aus diesem großen, großen Umschlag kommt ein kleiner, kleiner. Voll süß und klein und Herzchen. Dankeschön. Der nächste Brief kommt von Frank aus Auerbach. Ich erinnere mich noch gut an den Frank. Der hat mir vor einigen Folgen mal so ein Drachenpärchen zugeschickt. Und das war das Drachenpärchen. Und jetzt hat er mir nochmal einen ganz lieben Brief geschrieben. Und eine Rezeptidee für Energydrinks Muffins mit reingelegt. Warum nicht? Kann ich ja mal ausprobieren. Let's back oder so. Klein Tante macht nom 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 nom. Und dann hat er mir Instant Energy mit reingelegt. Sag dann mal Prost auf meine neue Energie heute. Schmeckt wie Energydrinks. Doch, kann man trinken. Als Nutration finde ich ganz gut. Dankeschön dir Frank. Dieser tolle Brief kommt nämlich von Julia aus Österreich. Aus dem schönen Städtchen Absam. Und die Julia hat mir einen kleinen süßen mit Hundesticker versehenden Brief geschrieben. Danke Julia und liebe Grüße an meine Berge. Der letzte Brief vor dem großen Paket kommt von Alex aus Duisburg. Und der hat mir ein Bildchen gemalt, der lieber Alex. Schnuss, schnuss. Mit ein Oreo. Und dann haben wir ja dann mir auch gemalt. Danke dir lieber Alex. So und jetzt kommen wir endlich zu dem Paket. Ne, ha, Awe. Sei nicht so neugierig. Blüm mit dir, weißt du das? Das große Paket kommt von André aus der Heide. Oh, blieb man. Jetzt kommen wir erstmal mit dem Brief an. So ein Valentinstag, alles Liebe. Uh, so lange steht das hier schon. Ups. Etwas schönes reingeschrieben. Boah, wie cool. Ein Froschfensterbild. Boah, ich bin warm. Yay, Gummifresche. Um. 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 Eine Tasse von Lindschschokolade mit dem Lindschönig Frosch drauf. Und ganz viel Chokoladen Frösche von Linds. Und Paket im Paket. Von Paketzebscher. Wo? Einige, Einige, wie nennt man das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das Ding hier. Wie nennt man sowas noch? Schreibt es mir da unten bitte in die Kommentare. Ich habe vergessen, wie das heißt. Du hast echt einen Schatten. Bisschen, bisschen Gritte. Schaut mal. Bitte glitzert. Ich stehe voll auf Glitzer. André, du hast einen Schatten. Dankeschön. Und natürlich auch vielen lieben Dank an euch alle da draußen für eure Briefe, für eure Zeichnung. Ich habe mir wirklich alle, alle durchgelesen. Und wollt ihr auch eine Autogrammkarte, dann schickt mir da auch einen kleinen Brief. Vielleicht was Süßem geschrieben oder ein kleines Bildchen oder ein Foto oder was weiß ich, was ihr noch reinpacken wollt. Von da sehe ich mal wieder keine Grenzen gesetzt. Das war jetzt das Video. Das wäre jedenfalls diese Autogrammkarte, die ihr dann bekommen wollt. Adresse und Infos und Links zu allem Möglichen findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich natürlich über ein kleines Däumchen von meinen Bäumchen freuen. Jetzt folgt gleich mein Outro. Meine Batterie ist gleich alle. Und wie gesagt, alles befindet sich in der Videobeschreibung. Auch die Links zu meinem letzten Video und zum nächsten Video. Habi und ich froschen euch. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hey und willkommen bei Kleinteines Welt. Ich hoffe, du kommst wieder, denn ich hab auf dich gezählt. Abonniere, wenn du dranbleiben willst. Fahr wo? Und dann like ich freue mich, wenn du mehr dabei bist. Fahr schneller da vorne, du Saftsack! THANKSAC